Was soll das? Spiel, was soll das? Okay. Okay. Hm, 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 hm. Wenigstens kann man dadurch ein bisschen Level up farmen. Sieht ein bisschen Lucy aus. Oh Gott, wir haben es geschafft. Oh, die Pumpe. Glaubt ihr, sie lebt? Das war sehr knapp. Oh Gott, hoffentlich haben wir es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Ja, da ist das Augen-Symbol. Cool. Ah. Hier ist Peicherherd. Hm. Blühwürmchen. Egal, komm. Äh, vielleicht können wir auch hier auch die Stampfattacke machen. Mal gucken. Es ist so verdammt ruhig. Na gut. Und jetzt. Moment, ich mach nochmal einmal. Okay, bringt nix. Okay, ich geh mal an das Ding. Mal gucken, was das ist. Äh, nix. Toll, und was mache ich hier oben jetzt? Hä? Sind ihr jetzt oben? Bin jetzt schon wild am rumklicken. Ah. Ah, cool. Was ist das denn? Kegi sagt nicht bloß nicht... Ja, was denn? Ich glaube nicht, dass das eine besonders gute Idee ist. Zur Abwechslung bin ich mal ganz der Meinung von Frau Lernfina. Dieses Gerät sieht gefährlich aus. Es muss einen anderen Weg in die Programmierde geben. Ja, einen anderen Weg. Natürlich. Genau da werden wir suchen. Danach werden wir suchen. Ich... Ich muss zugeben, ich kenne keinen anderen Weg. Oh nein. Menos hilft mir. Ich will auf gar keinen Fall fliegen. Jedenfalls nicht in dieser Maschine. Und warum nicht? Ich... Ich würde es vielleicht versuchen. Aber nur mit euch... Um euch... Zufriedenzustellen, Geri. Juhu. Bum, bum, bum. Was? Ja! Geil! Cool. Oh Gott. Oh nein. Ich hasse so eine Dinger. Au. auf! Oh nein. Stopp. No. Oh Gott, ich hoffe, hier ist ein Upgrade. Oh Gott, ich hasse sowas. Ich komme da hoffentlich klar. Oh Gott, ist es vorbei, ich habe vergessen. Oh Gott, aber wir kriegen immer wieder den Saladin, das ist cool. Oh Gott, ich hasse so eine Shooter. Ah, wir haben eine begrenzte Anzahl an Schüssen, das ist cool. Oh Gott, wir sind abgestützt. Nein! Wie bloß? Oh Gott. 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 Oh, fast! Feilt. Gehäulich. Vorliegend. Oh, level up! Oh, geil! Alter! Oh, nein! Friss Schaden. Yes! Haben wir es geschafft? Bitte nicht. Das ist auch, wir haben es geschafft. Oh nein. Okay. Was? Oh Gott! Na guck! Oh Gott! Na, war's gut jetzt! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Schön, wie sich die Dinger auch einfach so verbrauchen, so richtig schnell. Oh Gott! Oh, das ist gefixt! Oh Gott! 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 Ah, wenn man einmal geschossen hat, dann verbrauchen sich die Dinger auch. Oh Gott, ja! Er wieder clamps! Ich habe nur Kohle-Raum, was? Oh Gott, 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 ich hasse eigentlich solche Spiele. So, hier Gun Rail Shooter. Und ich wäre froh, wenn man diese Mehrfachschüsse eigentlich länger behalten könnte. Ja, pass auf, jetzt kommt wieder ein Endgegner. Oh, ist auf eine... Oh Gott. Oh Gott. Können wir da mit unserem Dicken da was machen? Oh Gott. Oh, wir haben... Ah. Okay, Saksi. Ist ja ja fies. Okay, und gleich, liebe Freunde, würde ich sagen... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Je nach, mache je in Aufnahme Schluss. Alter, wir fressen echt zu viel Schaden. Alter. Okay. Der ist ja echt fies. Oh. Seine Bohnen zerschellt. Hey, das macht gar nichts richtig gut, weil ich auf mein Figürchen konzentriere und einfach nur ballere. Wir haben es immer noch nicht geschafft. Willst du mich verarschen? Oh, Spiel ist halt auch nicht so fies, Mann. Und eigentlich gleich ins Bett. Was ist das? Was ist das? Piu! wir haben mehr leben bekommen 80 das vergesst nicht wie hier explodieren komm schon jetzt Jetzt... Ah, die Zeit noch nur so lange die Gegner kommen. Oh Gott, das werden zu viele. Wenn du es bobbels... Ringer in die Viecher, oh weh! Oh Gott! 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 Oh Gott!